Zum Kollegen-Gespräch Bonjour Berlin begrüße ich heute Hans Monat, der für den Tagesspiegel aus Berlin berichtet. Einen guten Morgen in die Hauptstadt. Guten Morgen nach Bonn. Herr Monat, die CDU bleibt die CDU. Die Dissenzen werden vor dem Parteitag ausgeräumt, damit es ein Konsensparteitag wird. So sieht es aus. Es gibt ja diese Tradition, Konflikte zu moderieren in dieser Partei, statt sie offen auszutragen. Kampfabstimmungen liegen den Delegierten nicht. Das passt auch vollkommen zum Führungsstil von Angela Merkel, wo es ja selten offene Auseinandersetzungen gibt, wo es Verhandlungen gibt, wo nachher jeder sein Gesicht wahren kann. In diesem Fall ist es die Mittelstandsvereinigung, ist es die Junge Union und der Arbeitnehmerflügel, die ja die kalte Progression, den Abbau der kalten Progression gefordert hatten. Und dieser Führungsstil, wir haben es ja vom Finanzminister Schäuble gelernt, dieser Führungsstil, der Kanzler sei erfolgreicher als der Napoleons. Immerhin ist die Kanzlerin natürlich unumstritten, wenn man deren Popularitätswerte betrachtet, die sich dann auch auf die Bundesparteien niederschlagen, weniger auf die Landesverbände. So ist es. Mittlerweile sind die Grünen ja an mehr Regierungen beteiligt als die CDU. Das würde mir schon zu denken geben. Im Bund, die CDU mit der Popularität von Merkel mit Umfragewerten über 40 Prozent uneinholbar. Aber in den Ländern schwächelt sie. Denken wir zum Beispiel Thüringen nach 24 Jahren die Regierung verloren. Im nächsten Jahr kommen auch wieder wichtige Wahlen. Schauen wir nach Baden-Württemberg. Da gab es eine Urabstimmung über den Spitzenkandidaten. Den hat ein in Berlin nicht sehr bekannter Politiker mitgewonnen. Die Beteiligung lag nur bei 51 Prozent. Die Zustimmung zu ihm bei 55 Prozent. Das heißt, nur 25 Prozent der Parteimitglieder haben sich daran beteiligt. Und er hat einen sehr starken Gegenkandidaten mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Da könnte eine Leidensgeschichte der CDU weitergehen. Eine Leidensgeschichte der CDU ist auch die CSU, die es immer wieder versteht, mit Themensetzungen das politische Klima zu befeuern. Das Deutschsprechgebot der vergangenen Tage hat auch die CDU betroffen und die Thematik etwas weggeführt vom eigentlichen Inhalt des Parteitages. Ja, ich finde, das betrifft nicht nur die CDU. Diese peinliche bayerische Posse wirft auch ein schlechtes Licht auf ganz Deutschland. Dieser Vorschlag war so unsinnig. Verfassungsrechtlich, wissenschaftlich, auch praktisch soll da ein Polizist im Kinderzimmer stehen und schauen, in welcher Sprache da die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen wird. Das hat man ja eingesehen bei der CSU. Und dann ist zurückgerudert. Jetzt gibt es ja nur noch die Formulierung, soll motiviert werden, Deutsch zu lernen. Aber warum betrifft es mehr als nur die Schwesterpartei CDU? Ich sage es Ihnen. Wir haben ja Fachkräftemangel, wir haben ein demografisches Problem, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Eigentlich müssen wir eine Willkommenskultur in Deutschland durchsetzen. Aber wenn weltweit Zeitungen, Medien berichten, dass in Deutschland Einwanderer gezwungen werden sollen, auch wenn diese Forderung nachher zurückgenommen wird, zu Hause Deutsch zu sprechen, dann ist das wirklich keine Einladung. Das tut unserem Land nicht gut. Also konzentrieren wir uns auf das, was politisch heute in Köln bei der CDU geschieht. Für heute ganz herzlichen Dank, Hans Monat, nach Berlin. Danke auch.